So, hallo und willkommen beim Let's Play von Fallen und Harvest Moon, ich bin zu bei Nintendo. Ich habe hier letztes Mal die Felder hier also wieder ausgebessert und wollte halt noch meine Kuh verkaufen, aber die wollte nicht, die Emma. Ja, jetzt würde ich erstmal wieder auf Werkzeug für die Kühe umsteigen, dass ich dann morgens gleich die Kuh um mich erstmal um die Kühe kümmern kann und danach die Felder begießen kann. Und ja, wir haben rausgefunden, mit dem Pferd kann man halt besser die Warten hier verteilen. Ich habe mich jetzt nicht informiert, ich würde einfach mal gucken, wie es klappt. Vielleicht gehen sie einfach mal aufeinander alleine kaputt oder ich mache es bei der nächsten Aufnahmepause. Dann tun wir mich mal wirklich, weil die Zäune, die stehen im Weg. Und dann würde ich die Felder noch erweitern, dass ich dann locker mit einer Ernte die nächsten Ernte dann halt genug Geld habe. Obwohl ich das eigentlich danach, glaube ich, nicht mehr so brauche, weil erweitern geht dann nicht mehr großartig mehr. Ah cool, die Richtiggründen sind fertig. Ich hoffe, das fährt. So, wir sind jetzt zum Feld geritten. Wir tun jetzt gerade alles da rein. Das müsste jetzt das restliche Geld sein. Das heißt, danach kommen wir gleich mal in den Zimmermann. Ich hoffe einfach, dass das Geld für morgen reicht, dass wir das Geld hier schon praktisch gleich gut anlegen können. Ja, da bin ich auch froh, dass das gereicht hat. Also, ich gehe als erstes ja auch jetzt den Zimmermann holen. Wenn die Milch erstmal da nicht klappen sollte, ist sehr unwichtig. So, jetzt holen wir uns den Zimmermann. So, wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir... Ähm, wir wollen noch 1400, das müsste locker reichen. Und wenn ich 1800 kriege, das ist gerade so reich. Ansonsten haben wir immer noch die restlichen Kartoffeln, um uns dann in die Filter neu zu belegen. Da, Schluck auf. So, vielleicht würde ich auch immer den Nyx befruchten. Dass die nächste Kalb kommt. Weil jetzt kann auch... Läuft das auch mit unserem Gras wieder ein bisschen besser. 24, 12 läuft immer weg. Jetzt wissen wir auch, wie das Kuhverkauf geht. Das geht genauso wie mit dem anderen. Ähm, ja. Jetzt ruhig mal das Rum noch. Ich nehme ein Ei. Ah, okay, das Ei hat sich erledigt. Ja, das tun wir das Rum noch füttern. Dann können wir auch... Gut, unser Grasvort muss man jetzt nicht so großartig erst mal bedenken. Wir haben erst vor kurzem Gras gemäht. Ja, das reicht wieder locker eine Zeit lang. Ähm, jetzt tun wir hier unser Feld nochmal neu gut achten. Das heißt, hier... Und hier... Das wird wahrscheinlich nicht mehr ganz reichen, um das andere Feld jetzt auch zu... Be... Hier zu befelgen. Also hier die Saat drauf zu machen. Ja, das reicht nicht mehr. Ah, Gott. Egal. Jetzt habe ich mal das leere Feld gegossen. Ja, wir haben jetzt nächstes Mal noch einmal Kartoffeln. Das dauert jetzt auch eine Zeit, bis die hier gebrüht sind. Und das Rest ist alles hier steckbrüht, hm. Oh, komm, mache ich das bisschen auch noch. So. Das sieht wenigstens gleichmäßig aus. Das heißt, ich gehe jetzt zur Kuh und will sie befruchten. Ach, und es geht jetzt nicht den Weg. So. Okay. Okay, die Kuh ist schwanger. Perfekt. Das heißt, wir sparen uns auch jetzt auch die Molkemaschine immer herumzuschleifen. Wir können jetzt die Bürste aufnehmen und trennen halt mal einen Zettel im Kreis rum. Ähm, ja, warte mal. Ich tue jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich das Grasfeld auch schon hier legen kann. Weil das eine Feld ist ja, hat ja noch gepasst hier. So. Aber das andere Feld müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Das wird ja frei bleiben, weil das dann unzümmetrisch ist und sonst alles. Obwohl ich das eigentlich auch noch so machen könnte, dass ich das hier auch alles zumache. So mindestens so ein sechstes Stück. So. Okay, jetzt hat er das Gras einfach weggelegt. Ich habe doch kein Gras mehr. Okay. Ja, dann habe ich schon alles verbraucht. Ist ja toll. Vielleicht habe ich es noch. Nein. Oh nein, es hat nicht gereicht. Wie viel? 1500 noch. Super, das heißt, wir müssen gucken, wie wir den Rest hier zusammentreiben. Und der Zimmermann kommt uns umsonst. Oder warte mal, das Geld kommt ja erst am nächsten Tag. Ah, 300 fehlt uns noch. Gut, das schaffen wir es auf jeden Fall morgen. Ja, heute schaffen wir es leider nicht mehr. Der Typ ist wirklich ganz umsonst gekommen. Ey, der Winnie 300, das kriegst ja wieder nach. Ach man ey. Der Typ ist ja richtig ein Geiz. Das heißt nicht immer für 300, kann er nicht dann mal in ein Auge zudrücken. Okay. Ja, die Felder sind noch nicht so weit. Das heißt, ich kümmere mich erst in die Kühe. Ja, super mit der Spitzhacke. Dann kann ich doch gleich doch am besten hier eingeschätzt auch einen Hund verkaufen können. Dann hätte ich das Geld doch auch gehabt. Äh. Ja, jetzt ist Samstag. Das ist eh alles zu. Bei der nächsten Ernst einkommen werde ich meine Felder halt neu bestellen. Jetzt ist es halt immer diejenige, die prügt. Jetzt ist die Kuh habe ich ja getauscht. Gegen den besonderen Sitzling. 5000. Ja, das ist ja schon ein bisschen ärgerlich, dass ich 5000 da verschwende, das habe dann nur für die Sitzling. Aber das, das müsste man auch mal gucken, wie man, was da das Besondere dran ist. Jetzt habe ich zwei Hühner. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie man das restliche Geld machen. Weil das müssen wir heute schaffen. So, die, 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 die Erze ist überhaupt nicht so weit. Das heißt, ich gehe jetzt mal in den Wald und versuche was zu finden, was ich verkaufen kann. Vielleicht ein Fisch mal. Ich versuche jetzt mal, was ein bisschen zu fangen. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil ich genau auf die Angel achten muss. So, jetzt will ich ihn mal verkaufen. Ich hoffe, dass ich das Pferd nicht mitnehmen kann. Ansonsten hätte ich das gerade ins Pferd geschmissen. Wieso, muss ich jetzt für jeden einzelnen Fisch dahin und her laufen? Jetzt muss er noch essen. Ah, verdammt, der hat eh zu. Das heißt, ich kann das eh vergessen machen, den hier zu fragen, ob er hier meinen Haus arbeitern will. Eigentlich kann ich ihm das jetzt hier alles sparen. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich es noch heute noch da rein zu gehen. Nachdem ich hier einen Fisch oder so gefangen habe. Ja, ich glaube, die Zeit ist schon wieder so weit. Der fängt nichts mehr. So. Vielleicht habe ich noch das Glück. Und kann dann nochmal in sein Haus. Steck mal bei ihm nicht. Nee, da ist ja auch alles früh, was ja auch so, dass samstags viel geklossen war. Was sich jetzt mittlerweile immer ändert. Manche haben ja sogar auch sonntags schon auf. Die Geschäfte jetzt zumindest. Und früher war das halt, ich denke, dass du halt am Ende wirklich eingekauft hast. Und dann halt gelitten hast. Okay, es hat zu. Vielleicht kann ich schon morgen hingehen, aber vielleicht, ich verstehe wahrscheinlich, muss ich dann eh am Montag das machen. Okay, jetzt bewässere ich noch die restlichen Felder. Ich würde dann auch sehen, ob das geklappt hat mit dem Fischverkauf. Jetzt sehe ich auch nicht, ob die Felder hier überlegt waren. Ich gieße einfach mal drüber. Komm, mach hin. Aber ich glaube, die waren belegt. Ja, die anderen waren nicht egal. Ich habe jetzt einfach mal mitgemacht. So, jetzt kommt uns auf den Wetterbericht wieder an. Ja, morgen ist wieder sonnig und warm. Okay, wir können unsere Pferd jetzt holen. Obwohl ich jetzt auch für das kleine Feld hier und her laufen könnte, aber das mache ich jetzt nicht. Warte mal, wie viel haben wir jetzt? Ah, jetzt doch, die Fische haben geklappt. Sehr gut. Ja, leider hat er wahrscheinlich heute eh zu. Das Rest machen wir jetzt den Zusatzverdienst für die nächste Saat. Vielleicht können wir noch was anbauen. Oder vielleicht, äh... Ja, vielleicht können wir noch was kaufen. Irgendwas Besonderes halt. So, als erstes werde ich dann halt mal... Jo, ist ja gut, komm, mach hin. Ich will auf jeden Fall nochmal gucken, ob wir Plätze haben, wo man heute auf hat. Bevor ich zu den Tieren gehe. Aber ich glaube nicht an dem Sonntag. Nee. Der hat 100%ig zu. Alles klar, umsonst hier gewesen. Wir haben uns jetzt auch sehr lange nicht um unsere Freundin gekümmert, weil wir jetzt nicht mit dem Land was zu tun hatten. So, jetzt wird gefuttert wieder. So, jetzt können wir unsere Bürste und kümmern uns immer um die Kühe. Die Eier, die können ja... ...von ja entweder auf den Alltag da liegen. So, jetzt geht's zu den Bühnen. Auch genauerweise hätte ich jetzt schon das noch baum gegeben, aber kaum ein Tag oder zwei Tage Unterschied ist jetzt auch nicht mehr so tragisch. Jetzt kann man uns ja eh nicht mehr ändern. Ich muss immer die Urzeit auf dem Auge behalten, weil bald ist es wieder soweit. So, jetzt legen wir uns auch wieder hin. Wir haben alles erledigt. Das bisschen Gras hätten wir jetzt auch abschneiden können, aber ich versuche das Gras in einem Rhythmus abzusehen, dass ich das nur einmal machen muss und nicht jedes Mal alle paar Tage rücken muss. Das Bissen habe ich jetzt nur gemacht, damit ich halt wieder Gras vor Ort habe, bis das andere Gras als Skopet gewachsen ist. So, genau, unsere Steckgruben sind wieder soweit. So, jetzt setzt sich das Pferd hier ab. Das Pferd ist echt praktisch. Wenn es sich noch weniger jetzt so bewegen würde, wäre es perfekt. Also jetzt müssen wir jedes Mal Angst haben. Das wäre, weil das schmeißt, dass sich das Pferd weg bewegt. Aber das ist jetzt einfach die schneller Art hier abzumernten. Wir haben nicht mehr viel. Aber das ist krass, das ist 100% schon fertig. Jetzt muss ich erst mich einfach mal den Zimmermann holen. Ansonsten wenn es nachts ist oder spät, zu spät ist, kommt der morgen auch nicht mehr. Das heißt, das verschiebt sich dann nochmal um einen Tag und das würde ich jetzt vermeiden. Aber ansonsten geht es um Endlichkeit. Und darauf habe ich jetzt auch keine Lust. Gut. Und die restliche Geld, was wir dann haben, kann man wieder benutzen, um eine Saat anzulegen. Äh, zu kaufen. Und dann würde ich das halt verweitern halt, die Felder. Nach der nächsten kommenden jetzigen Hoffnung am Pausen, die gleich kommt. Ähm, werde ich jetzt mich mal genau informieren, wie das da weg geht. Erst kümmere ich mir jetzt noch um die Tiere. Jetzt zöhnend sind sie noch um die Hühner, die Kühe habe ich ja schon gemacht. Ich würde das verkaufen schon mal, wenn es halt daneben geht. Das ist Pesch. Sehr gut, hat geklappt. Jetzt wird sie noch gefüttert. Jetzt kommt schon mal ganz schnell bei den Kühen nach. Ich denke mal, war schön, dass ich die gemacht hatte. Nein, die habe ich noch nicht gemacht. Okay, die mache ich noch schnell. Das wird jetzt bis... Nein, nicht Wasser, nicht Wasser! Böse, böse Scheiße. Okay, ähm... Ja, ich habe jetzt irgendwie die Kuh ein bisschen begossen. Ich hoffe, die wird jetzt nicht krank, weil die Kühe sind ja total empfindlich. Und in der Schwangerschaft auch noch die schwangere Kuh reicht. So, das war's dann auch erstmal. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal. Danke!